Und ich hoffe, ich kriege irgendwas Cooles. Ich war schon seit zwei Jahren drauf. Das ganze Dorf. Ja, bei den Dörfern ist es halt immer so, Janigurke, dass die sehr lange ausgebaut werden. Ja, ich kenne das. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und ich bin dann auch weggezogen und habe dann das schnell Internet zu schätzen gewusst in der Stadt. Ich war dann sehr froh, dass ich dann gleich DSL gehabt habe. Und da ist der Ausbau eben gar kein Problem in der Stadt. Auf dem Dorf bist du halt voll auf den Ausbau angewiesen, je nachdem wie gut der Dorf angebunden ist. Wenn es irgendwann ein Pampa ist, dann dauert es Ewigkeiten. Wenn es zumindest irgendein Industriegebiet hat, dann schaut es schon ein bisschen besser aus. So, ich muss jetzt da hinterlatschen. Und dann kann ich die Abkürzung... Oh, ich hab doch Abkürzung. Ich hab doch Abkürzung. Im Garten hab ich Abkürzung. Ich hab mir noch extra die Tür aufgemacht. Garten. Die mega coole Abkürzung. Helwig, einen wunderschönen Abend. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem TV. Nun die Abendveranstaltung von Pirate Maus und wir. Dann einen wunderschönen Abend. Servus. Schön, dass ich euch unterhalten kann. Dann gruselt es euch mit mir gemeinsam. Wir haben schon zwei Bosse erledigt heute. Und ich weiß nicht genau, wo es jetzt kommt, weil das ist jetzt ein Neugebiet. Das ist jetzt komplett... Eine komplett neue Gegend. Ich hab vorher schon ein bisschen ausprobiert, wo ich lang gehen kann. Und hab's auch schon geschafft. Hatte bloß immer zu wenig Munition. Jetzt hab ich genug Munition für beide Bosse gehabt. Und jetzt... Jetzt kann ich da langlatschen und kann hier durch ein neues Symbol kann ich jetzt den Vorsprung wagen zum nächsten Gebiet. Ich hab keine Ahnung, was da hinten auf mich wartet. Das ist alles neues Gebiet. Pirate Maus, du bist auch im Chat. Sehr cool, sehr cool. Schauen wir mal schnell. Da geht's lang, genau. Boah, ich bin jetzt echt gespannt, was da hinten auf mich wartet. Ich hab jetzt auch nicht abgespeichert, weil ich hab vorher schon gespeichert. Bevor ich zwei Bosse erledigt hab. Aber ich hab noch fünf Ladungen für die Schreibmaschine. Mit Speichern ist das ziemlich knapp in Resident Evil. Da muss man immer sehr haushalten mit den Farbbändern. Was das hier da ist. Das hab ich gemohnt, Nachtspion. Das ist die Einbuchtung. Das ist doch das. Das ist auf jeden Fall das, ja. Der Schänder des verfluchten Sarges. Das waren wir. Ja, wir haben den Sarg geschändet. Nicht. Geil. Yes. Endlich geht die Tür auf. Im Keller haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Zombies zum Erledigen. Fährt mal kurz ein. Aber da kommen wir eh nicht weiter. Da haben wir eh gut nichts zum Entdecken. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Boah. Boah, Munition. Munition und Heilung. Und noch irgendwas, was leuchtet. Ich seh es gerade nicht. Ich will sehen, was da ist. Wie groß ist denn der Raum? Der ist ziemlich klein. Das hast du als kein Zombie. Das ist schon mal geil. Also hier ist eine Blankgranate. Das ist eine Verteidigungswaffe. Das ist super geil. Super geil. Das freut mich schon mal voll. Wie viel Platz habe ich denn noch? Zwei Plätze. Da hole ich mir auf jeden Fall. Das ist nicht so wichtig. Wir haben Heilung eigentlich ohne Ende. Ich müsste mich eh einmal heilen. Fällt mir gerade ein. Tada. Ich nehme alles mit. Diverse Gefäße und ein Werkzeugkasten. Dann nehmen wir mal das Erste Hilfe-Spray mit. So, wenn ich schon auf dem Hellweg und Piratemaus ihren TV bin. Dann können wir jetzt wenigstens ordentlich gerüstet in den Kampf gehen. Dass ihr Action erlebt. So. Gut. Habe ich einen Schlüssel dabei? Achso, ich brauche auch keinen Schlüssel mehr. Ich habe ja schon alle verbraucht. Stimmt. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich ohne Schlüssel. Müsste eigentlich sein. Weil wir haben ja nichts mehr zum Entdecken. Von den Schlüsseln her. Jetzt bin ich echt gespannt. Also hier geht es weiter. Dieser große Tür. Die ist wahrscheinlich ziemlich krass. Da könnte was Heftiges sein. Das hier ist ein Aufgang. Aber wohin? Das hier ist eine Treppe ins Nichts. Weil hier ist ein Pfeil. Und dann... Hm. Da ist nichts. Nur hier. Aber das ist eine Treppe nach unten. Da waren wir schon. Das ist die hier. Die Treppe ist nicht verzeichnet. Die ist hier genau. Und hier. Also wir haben hier... Nichts. Hm. Dann nehme ich jetzt erstmal die Treppe. Weil das ist mir zu krass. Da ist bestimmt irgendwas Heftiges dahinter. Ich habe Schiss. Ich habe Schiss. Was hast du gleich nochmal für Leitung? Ich habe 50.000 Mbit. Ähm. Äh. 50 Mbit. 50.000 Kabel Tasts. 50 Mbit habe ich. Und Upload sind 10 Mbit. Ist für Twitch ganz praktisch. Dass du dann mindestens deine 5 Mbit hast. 3 Mbit ist für Twitch gut. Ein bisschen mehr ist nie schlecht. Wenn du irgendwas nachher nebenbei machst. So. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Also der Zombie ist nicht da. Weil er fokussiert keinen. Das Glas schaut voll geil aus. Schaut echt cool aus. Oh. Voller Matsch. Schaut mal. Patz. 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 Voller Matsch. Wahrscheinlich kommt gleich irgendein. Irgendein Hund. Wir sind nämlich draußen. Ein Wegweiser. Der sich dreht. Okay. Was ist da? Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung. Wird ein Ziel angegeben. Nord. Tal der Zerstörung. Süd. Höhle des Hasses. Krass. Ost. Gipfel des Irrsinns. Da will ich hin. Ab zum Irrsinn. West. Weg der Wache. Ich will zum Irrsinn. Ost. Osten war das. Osten. N. S. I. W. Ja. Okay. Irgendwas lauert da hinten bestimmt auf mich. Uiuiui. Ein Bach. Wir latschen im Bach. Janigurke ist. Quicksalte ein 50 Mbit. Quicksalte 50 Mbit. Mbit. Das ist. Da ist ein Schalter. Drücken. Ja. Was soll schon passieren? Außer das Ding ersticht mich jetzt dann gleich. Boah. Ich hab grad voll Schiss. Ich hab nicht gespeichert. Ich schau erst mal weiter. Hier ist noch irgendein Bach. Ein Bachlauf. Klingt voll geil aus. Also ich find das haben sie echt geil überarbeitet. Oh da ist noch mehr einer. Okay. Der ist jetzt blau. Hm. Naja gut. Das ist wieder ein Schalter. Drücken. Ne 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 ne. Bevor ich erstochen werd von dir. Ne 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 ne. Schau jetzt erstmal durch. Wie passend. Da ist ein. Ein Hund mit drei Köpfen. Okay. Noch ein Hund mit drei Köpfen. Und die sind gedreht. Das heißt das kann man drehen. Eine Statue mit roten Augen. Sie trägt die Inschrift. Der Kampfschrei der Rache. Okay. Das ist dann wohl die. Diese Richtung. Wo der Dings Rache. Irgendwas mit Rache war. Eine Statue mit blauen Augen. Sie trägt die Inschrift. Der letzte Atemzug der Zerstörung. Okay. Was ist das? Da kommen nicht durch oder? Das Tor öffnet sich. Wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Okay. Klingt nach einem Rätsel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Nachtspion. Alle lauern auf mich. Ja auf jeden Fall. Berate Maus. Ich fühle mich gerade sehr beobachtet. Die Frage ist. Mache ich das Rätsel jetzt fertig? Und schau, dass ich nicht sterbe? Oder entdecke ich erst einmal, was hinten auf mich lauert? Nee. Ich glaube, ich mache das erst einmal fertig. Ich gebe es ja nur mich und die Hunde. Beziehungsweise diese Statuen. Scheiße. Was war jetzt das mit dem Blau? Das habe ich nicht gewusst, was die genau sagen wollten. Das Rote ist eigentlich klar. Das mit der Rache. Moment. Zerstörung. Keine Ahnung, wo die Zerstörung ist. Jetzt schauen wir mal schnell. Schauen wir nochmal zum Wegweiser. Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Genau. Nord. Tal der Zerstörung. Ah, Nord war das. Nord ist blau. Norden, blau. Müssen wir uns merken. Norden, blau. Ost. Nee, halt. Westen. Norden, blau. Westen, rot. Westen ist die Rache. Norden, blau. Westen, rot. Norden, blau. Westen, rot. Norden, blau. Westen, rot. Westen. Äh. What? Wird nach Norden gedeutet. Ich will auch nach Westen. Alter. Westen, rot. Genau so. Nee, jetzt drück ich ihn nicht mehr. Jetzt bin ich schon richtig. Gut. Und Norden, blau war das. Jetzt müssen wir eben meinen Chat noch lesen. Wenn ich irgendwelche Tipps bekomme, wie ich nicht stirbe. Äh. Äh. Rätselfrauen kann ich nicht lösen. Was? Frauen? Rätselfrauen? Rätselfrauen sind unheimlich. Also, ich finde es aber ziemlich cool, wenn man so Adventures hat, wo ein Haufen Rätsel sind. Deswegen habe ich halt die Ponia so geil gefunden. Da waren die Rätsel teilweise richtig, richtig knackig. Blau, rot waren auch diese Windhühner. Windhühner? Windhühner. Hm. Der Feind ist rot und kommt immer aus dem Osten. Ooooooh. Das ist aber sehr, fast tiefgründig, ja? Kommunismus. Also, blau ist Norden. Und ich muss warten, bis das sich nach Norden dreht, oder? Ja. Oh. Daneben. Mist. Nochmal. Und zack. Oh. Daneben. Und zack. Zu spät. Okay. Schauen die Hunde nach Westen. Das möchte ich nicht. Äh. Ja. Okay, ich warte mal eben. Zack. Ja, jetzt. So. Zum Norden muss ich. Ah, schön. Schön, das hat geklappt. Und jetzt sterbe ich. Ja. Jetzt wartet ein Bossfight auf mich. der mit Hosen auszeigt. Aber ich habe wenigstens Knaden dabei. Und ich habe Heilung dabei. Also, was soll mir schon passieren? Ich habe sogar einen Haufen Schuss dabei. Das ist ziemlich geil. Deponia im Moment mal wieder im Angebot auf Steam. Echt? Oh, geil. Also, danke für die Info. Also, alle, die noch keinen Deponia gespielt haben, holt euch Deponia, ja? Ist im Angebot zurzeit. Kann ich sehr empfehlen. Alle, die es nicht kaufen wollen, schaut meine meine YouTube-Videos. Da ist alles mit Deponia. Oh, oh. Fokussiert der gerade? Der fokussiert. Der fokussiert auf den Raben. Das heißt, der greift mir jetzt dann gleich an, oder? Aber die Raben fokussiert er meistens. Hm. Bin mir nicht ganz sicher. Ich warte einmal, bis sie mich angreifen. Ich glaube, die greifen mich nicht an. Ja, der fokussiert auf die Raben. Auf beide sogar. Greifen die mich vielleicht später an? Die Kameraführung ist der Wahnsinn. So von der Seite irgendwie. Krass. Da kann ich durchlatschen, oder? Wo bin ich denn da? Da bin ich. Was ist hier? Das ist ein Gräber, oder? Das ist bestimmt wichtig. Oh, oh. Okay, alles gut. Hier ist ein Gräber. Hier ist wieder das nächste Rätsel. Oh, oh. Alter. Hau ab. Ja. So viel dazu. Kommt her. Aua, 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 aua. Hopp. Das blöde ist, die sind jetzt in der Luft. Ich lese mal eben, weil wenn sie mich nicht lest, dann können sie mich nicht angreifen. Das ist das Coole. In dieser Einbuchtung steht geschrieben. Wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Wir haben das Logo. Wir haben diese Windmedaille. Wir haben die. Im Inventar. Hau ab, Vogel. In diese Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale. Ja, das haben wir sowieso nicht. So viel, so viel Medaillen habe ich nicht. Könnte das ein Art Symbol sein. Ja, bestimmt, aber so viel habe ich nicht. Aber ich habe das Rechte. Ich habe dieses Windsymbol. Geil. Geil. Wie heiße ich eigentlich auf Steam, Janikurke? Oder haben wir uns da schon als Freunde? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich bin auf Steam unter Chris-IN. Da gibt es aber, glaube ich, mehrere. Da müssen wir mal schauen. Ich habe den... Boah, ich muss mich gerade retten vor den Vögeln. Ich habe als Profilbild einen Doc Brown von Zurück in die Zukunft. Oh oh. Oh oh. Fokussiert der? Nee, der fokussiert nicht. Das ist schon mal gut, wenn er nicht fokussiert. Aber das fragt irgendwas. Irgendwas lauert da auf mich. Was sagt die Map? Uh, die Map ist ziemlich weit. Dieser Raum, oder dieser Ort, besser gesagt, ist ziemlich weit. Ja, da gibt es 277.000 Ergebnisse für Chris unter Strich-IN. Ui, okay. Ähm, ja. Du kannst mir mal deinen Steam-Name schreiben und dann schaue ich einmal, dass ich dich adde. Oh Gott, ich muss... Ich muss flüchten, glaube ich. Das wird nicht gut ausgehen. Aber ich habe einen Haufen Munition dabei. Eigentlich könnte ich es wagen, was da... ...immer auf mich lauert. Irgendwas lauert auf mich. Eine große Statue steht still in der Dunkelheit. Okay. Greift die mich an, oder was? Wie, du greifst mich an? Ich sag's dir. Nee. Fokussiert zumindest nicht die Statue. Ich sehe aber echt gar nichts. Der geht ums Eck rum und erst dann sehe ich, was da auf mich lauert. Boah, ich glaube, jetzt passiert gleich irgendwas, oder? Das mit den Ketten, das sagt schon irgendwas aus. Irgendwas... Irgendwas ist da. Hm. Hier ist nix. Das sieht fast so aus, wenn man hier fliehen müsste. Das ist ein langer Weg. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwas ist hier. Aber noch... Noch kommt nix. Da oben ist irgendwie eine Hütte, oder so, hm? Aha, hier ist ein Baum. Das schaut... Das ist viel zu idyllisch. Das ist viel zu idyllisch. Da passiert irgendwas. Krass. Der Baum, da geht nix. Da ist nix eingraviert oder so. Nix. Äh, ist hier ein Tor? Na, da ist kein Tor. Einfach die eine Gurke. Okay, dann schau ich mal hier eine Gurke. Bestimm. Da sind Mülltonnen. Ist da ein zweites... Da ist ein zweites Haus, oder? Da ist ein zweites Haus. Okay. Krass. Uh, da sind Kräuter. Geil. Okay, wir sind hier. Ich gehe jetzt gleich durch den Eingang. Ich möchte bloß noch kurz weiter schauen, ob da hinten noch irgendwas ist. Ist da noch was? Moment. Na, da ist nix mehr. Okay, hier sind die Kräuter. Was ist das daneben? Das ist nix. Das ist nur einfach... Ah, das sind... Das sind nur Totenköpfe. Ach, na dann. Na dann. Gut, wenn jetzt irgendwas lauert auf mich, bin ich mal gespannt. Ich habe zumindest Waffen dabei. Okay, es passiert gerade nix. Kommt hier nochmal die Schlange. Das kann sein. Ich glaube, hier kommt nochmal die Schlange. Schaut fast so aus, als wenn das so das Heim von der Schlange wäre. Ich glaube, das ist hier, oder? Ein schönes Feuerchen. Ein wunderschönes Feuerchen. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Also muss jemand da sein. Und das muss kein Zombie sein. Das kann gar kein Zombie sein. Oh, muss Feuerholz machen. Oh, muss Feuer anzünden. Das geht doch gar nicht. Eine Reihe von Verbänden wurde aufgehängt. Verbände. Okay. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Hm. Was ist das? Oh, das ist Benzin, oder? Na, das ist nix. Okay. Also hier ist nochmal Raum. Hä? Hier ist nix mehr, oder was? Achso, hier ist eine Treppe. Okay. Dann gehe ich mal auf die Treppe. Also hier ist echt sonst nix mehr. Oh, da ist ein Map. Map, Map, Map. Eine Karte von Innenhof. Mitnehmen? Ja, klar. Innenhof. Äh, achso, da geht's weiter. Hä? Versteh ich nicht. Ich bin, ich bin hierher glatscht. Da gibt's doch, gibt's da Verbindung. Ah, Moment. Das ist der Teil, wo ich nicht langgegangen bin. Das ist ja cool. Da sind wir genau richtig langgegangen. Weil hier gibt es wenigstens die Karte. Das heißt, hier stehe ich jetzt nicht mehr im Dunkeln. Oh mein Gott. Das ist echt, da ist echt ein Haufen nur zum Entdecken. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, sie haben die Karte von Innenhof. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal da rauf. Oh, das ist ein Zombie. Nee, kein Zombie. Ein primitives Bett. Mit der Leiche drauf. Dann hat man schon lange nicht mehr jemand geschlafen. Ich dachte, das ist eine Leiche. Das ist doch irgendwie. Ach nee, das ist nur. Das sind Schuhe und der Overall oder so. Schaut irgendwie so aus. Und hier ist eine Schreibmaschine. Hier könnte man sogar speichern. Ich habe bloß kein Farbband dabei. Okay. Kann man das hier anwählen? Nee, das kann man nicht anwählen. Ah, Inventar. Geil. Okay, wir könnten jetzt speichern. Ich will aber nicht. Warte mal, wir könnten bohren. Moment, Moment. Wind wappen. Ha. Wir holen uns jetzt das. Ich bin jetzt aber viel zu neugierig. Ich mag mal kurz wissen, was da hinten noch ist. Was ist das? Oh oh. Oh oh. Wieso geht der runter? Ah, was ist das? Dieser Kurbel. Ja, ich kann das nicht tragen. Haben wir irgendwo schon so eine Stelle gehabt mit so einer Kurbel? Ich glaube nicht, gell? Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt. Dann mache ich mir jetzt mal eben Platz. Weil hier ist sowieso gleich jetzt die Inventarbox. Es wäre jetzt schade, wenn wir jetzt die Kurbel rumliegen lassen. Ähm, ich stecke das mal kurz hier rein. Und hole mir die Kurbel. Weil dann haben wir nämlich die überall verfügbar in den Inventarplätzen. Also in diesen Inventarboxen. So. Wofür brauchen wir die Kurbel? Das ist schon echt so lange her bei mir. Ups. Falsch. Zack. Windwappen. Jetzt. Genau. Gut. Das Windwappen. Was war das? Was war das? Da war gerade eine Tür. Scheiße. What the fuck? Okay. Das war jetzt gerade sehr komisch animiert. Ich war jetzt nicht so geschockt, wie ich dachte. Weil irgendwie... Das war sehr leicht. Uh. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Äh. Ja. Oh. Oh. Der schaut nicht so gesund aus. Tentacle Porn. Ist er schon tot? Das war aber echt easy. Ich lade mal eben hier das Ding nach. Und versuche den mal anzuzünden. Ja. Natürlich geht's nicht. Natürlich geht's nicht. Ist ja klar. Weil... Der kommt wieder, oder? Oh ja. Er kommt wieder. Komm her. Ich hab ein Pumpgun. Einmal geht noch. Okay. Jetzt liegst du da. Kannst du brennen? Nö. Der kommt wieder, glaube ich, hm? Scheiße. Ist das vielleicht Absicht? Knuddelalarm. Ich glaub, hält der, hält der ewig aus? Nee, oder? Uh. Au, 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 au. Könnt er das länger machen? Ist der unbesiegbar? Scheiße, der regeneriert sich die ganze Zeit, oder? Habe ich jetzt ohne Enddemonition verballert? Bitte nicht. Das kann aber nicht sein. Das kann aber nicht sein. Jetzt habe ich alles verballert. Alles. Bitte nicht. Bitte stirb doch jetzt mal. Stirbst du jetzt mal? Aua. Oh, oh. Ich bin leer. Oh, fuck. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Habe ich hier, Moment. Inventarbox. Da ist doch irgendwo die Inventarbox. Ah, da ist sie. Da ist sie. Habe ich da noch? Mist. Dazu ist jetzt keine Zeit. Nein. Nein. Und der stirbt nicht. Der stirbt ums Verrecken nicht. Nein. Braves Monster. Oh. Oh. Okay, krass. Der kann gar nicht sterben, oder? Ich habe dem alles reingeballert, was ich habe. Ich habe dem alles reingeballert. Das ist ja krass. Helrik, du solltest mir noch mehr lauschen. 8,7 Stunden. Da geht noch mehr. Der ist ja unsterblich. Ich glaube auch. Ich glaube auch, hä. Der ist echt unsterblich. Voll krass. Voll krass.